Vor Neon hatte man bereits etliche andere Edelgase wie Helium, Argon und Krypton entdeckt. Dank Mendeleos Periodensystemen gingen die Chemiker Ramsey und Travers aber davon aus, dass es zwischen Helium und Argon noch ein weiteres Edelgas geben müsse und entdeckten es 1898 bei der fraktionierten Destillation von flüssiger Luft. Als sie es im Atomspektrometer testeten, fiel bereits das faszinierende strahlende Rot des Gases auf, das einige Jahre später den französischen Chemiker und Erfinder George Claude dazu inspirierte, eine völlig neuartige Lampe zu entwickeln, indem er eine Glaseröhre mit Neon füllte und durch hohe Spannungen zum Leuchten anregte. Als er seine Neonlampen 1910 präsentierte, wurden sie noch als Kuriosität belächelt, aber bereits zehn Jahre später konnte er sie vermarkten, nachdem es ihm gelungen war, die Röhren zu biegen und damit leuchtende Schriftzüge herzustellen, die Geburtsstunde der Neonschilder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017